So, ihr wisst, wo wir sind. Herr Mösch und Merti gehen jetzt auf den roten Platz durch die Einbahnstraße dieser Schule. Los geht's. Ich habe jetzt mal zwei Mädchen in der Bewegung, Frau Mösch. Ich gehe mal kurz zum roten Platz mit Mösch. So, wir laufen durch die Einbahnstraße, die es hier gibt. Und da sind auch schon die Pfeile. Merti hält zwei Meter Abstand zu mir. Und ja, jetzt können wir leider nicht hier links runter. Wir müssen einmal außen rum. Und so. Ich dachte, wir rennen jetzt nicht so. Einbahnstraße, Einbahnstraße, da geht's lang. Hier ist die 4B. 4B, hallo. Zack. Hier ist die 3B. Und Pfeil nach rechts. Das geht's. Jetzt sind wir gleich einmal in den Viereck gelaufen. Und jetzt dürfen wir die Treppe runter. Und Einbahnstraße. Jawohl. Wieso dürfen die mich nicht sehen? Zack. Weil ich keine Genehmigung habe, dass ich Bilder von dir ins Internet stellen darf. Einbahnstraße. Pfeil. Nee, da geht's leider nicht lang. Aber. Zack. Und zack. Und hier dürfen wir aus der Schule raus. Und jetzt geht's. Oh, es regnet. Ab auf den roten Platz. Wollen wir einmal zum roten Platz rennen? Dürfen sie deinen Rücken sehen? Dürfen sie deinen Rücken sehen? Nein, ich glaube, das kriegen wir hin. Wir sehen. So. Einmal rennen. Einmal um den roten Platz? Zack. Einmal um den roten Platz. Nee, das lassen wir. Oder? Na los, renn eine Runde. Ich spule dann aber vor. Und das dauert jetzt ein bisschen. Vom roten Platz in die VHG. Da müssen wir jetzt nämlich einmal hier außenrum. Ach, hallo Bauwagen noch. Und. Da steht auch rein. Da sind die Tischtennisplatten. Und da steht's auch nochmal. Dass wir natürlich nicht durch den Ausgang wieder rein dürfen, sondern rechtsrum zum Eingang müssen. So. Juhu. Klettergerüst. Wer vermisst es nicht? Bald könnt ihr hoffentlich wieder klettern. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr derzeit schön wieder auf die Spielplätze geht, auf die ihr wieder dürft und da schön klettern könnt. Ein kurzer Blick ins grüne Klassenzimmer. Auch leer hier, natürlich. Und. Und. Jetzt geht's einmal ins Schulgebäude. Ihr kennt den Teppich vielleicht. Und. Zack. Aufgaben. Da hinten dürfen wir nicht lang. Hier geht's hoch. Und auch hier wieder die Einbahnstraße. Und ab geht's hoch in die VHG. So. Noch ein paar Treppen und sind wir gleich in der VHG. Fast. Wir müssen noch einmal nicht da lang, sondern einmal außenrum durch die Einbahnstraße. Immer nur ein Kind auf Toilette. Auch eine sehr wichtige Corona-Regel. Einbahnstraße. Schau wieder, sind wir hier bei der 4B? Schon wieder bei der 4B. Hier waren wir doch gerade schon. So. Hier schöne Bilder an der Wand, die ihr euch mal in Ruhe anschauen könnt. Und zwar in Fotos, die ich nebenbei noch mache. So. Lauf mal, lauf mal, lauf mal. Und wer zum Vertretungsplan möchte, darf jetzt da lang. Aber derzeit ist der Vertretungsplan natürlich nicht so wichtig für euch. Deswegen. Zack. Geht's wieder zur VHG durch die Einbahnstraße. Und auch hier eine wunderschöne Fotogalerie. Die wird's getrennt nochmal in einem Padlet geben. Einbahnstraße. Hier der Bewegungsraum. Und zack, sind wir wieder oben gleich in der VHG. Und setzen unsere Magnete zurück. Auf, abgeholt oder auch. Video beendet. Tschüss.